Früher, als ich noch andere Schuhe trug, hatte ich immer Schmerzen in den Füßen, in den Waden und im unteren Rücken. Ich war einfach total steif. Es dauerte meist 2-3 Stunden, bevor ich in meinen Rhythmus kam. Eigentlich suchte ich für den Alltag nach bequemen Schuhen. Und so landete ich bei Kibu. Irgendwann habe ich sie auch auf dem Golfplatz ausprobiert. Körperlich wurde ich nach wenigen Monaten viel stärker. 18 Löcher abzulaufen ist dein Kibun jetzt ein Kinderspiel. Die erste Verbesserung, die ich merkte, war, dass mein Rücken kräftiger wurde. Die Erholungsphasen waren nach dem Tragen der Schuhe geringer. Ich bin gut in Form. Diese Schuhe sind speziell, weil es scheint, als ginge man auf Wolken. Beim Golf laufe ich 5-6 Kilometer und die Kibun-Schuhe zeigen mir, ja, ich kann ab und zu noch 18 Löcher ablaufen. Ganz mühelos. Das Seine Schuhe utsalie Untertitelung des ZDF, 2020